Wie oft gibt es solche Trackdays? Ach, da kann man jede zweite Woche irgendwo hinfahren. Jede zweite Woche? Ja, jede Woche eigentlich. Es gibt so viele Veranstalter auf so viele Rennstrecken. ZK-Trackdays, wenn ihr euch interessiert. Ja, das ist ein Veranstalter und dann gibt es noch ein massig andere, R.S.R. und die schnellen Schwaben und die schnellen Schwaben, ja die gibt es auch. Du hast auch locker Musik hier an, die Pröme. Ja, das ist super geil. So, Chat, ich lese euch jetzt nicht mehr. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ich versuche auf die Strecke zu gucken. Oh, was passiert denn hier? Das ist meine Kamera. So müsste ich durch den Stream laufen. Schaut mal. Soll ich es eigentlich? Komm, wir filmen den auch mal. Hält der dem sein Programm fest? Soll ich es. Soll ich es. Wie gesagt, Chad, das ist die Aufwärmrunde. Wir bringen das Auto auf den Betriebstempern und werden schon überprüft, natürlich. Es gibt ja welche, die gleich Gas geben können, ne? Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020